Hallo, mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke, ich bin Stimmtrainerin und heute gibt es wieder mal einen kleinen Tipp aus meiner Stimmwerkstatt. Vielleicht hast du selber schon mal gemerkt, also ich habe es schon ein paar mal auf der Bühne zumindest gespürt und ich weiß es auch von meinen Gesangscoaches oder auch von den Sprechcoaches, dass sie, wenn sie einen wichtigen Termin haben, zum Beispiel einen Vortrag oder ein Referat an der Uni halten oder sie haben ein Meeting vor sich, in dem sie eine Präsentation halten müssen und in der es um einiges geht. Egal, also ein wichtiger Termin, auch Vorstellungsgespräche gehören dazu. Was passiert dann manchmal? Deine Stimme wird trocken. Du hast das Gefühl, du bist komplett ausgedörrt, obwohl du vorher gerade vielleicht einen halben Liter Wasser getrunken hast. Durch die Nervosität wird einfach den Schleimhäuten so viel Feuchtigkeit entzogen, dass sich das dann leider Gottes auch auf deine Stimme auswirken kann, indem sie zum Beispiel rüchig klingt oder knarzt ein bisschen oder die Stimmlippen werden eng, du kriegst einen unangenehmen Klang in die Stimme. Ja, da gibt es einen kleinen Tipp und der geht in Sekundenschnelle und den kannst du immer und jederzeit anwenden. Und zwar einmal kurz auf die Zunge beißen. Natürlich nicht durchbeißen, ist ja logisch, aber nicht zu fest, also es darf nicht wehtun, aber so ein bisschen an der Zungenspitze knabbern, sagen wir mal so. Und wenn du das machst, wirst du sofort merken, wie es sich plötzlich Flüssigkeit im Mund sammelt. Das heißt, deine Stimmlippen werden wieder angefeuchtet, deine Zunge wird angefeuchtet, der ganze Gaumen, die Mundhöhle wird wieder leicht feucht. Mach das zwei-, dreimal hintereinander und du merkst, das tut dir gut. Das wird auch deinen Stimmklang wieder verbessern. Ja, und das ist so ein kurzer Tipp, kostet nichts und ist schnell gemacht, auch ungesehen, weil du musst ja den Mund nicht aufmachen dabei, kannst auch mit geschlossenen Lippen machen und du hilfst dir selber. Deine Nervosität wird sich ein bisschen regulieren, wenn du merkst, die Stimme ist nicht mehr ganz so trocken. Okay, das war mein kleiner kurzer Tipp für heute Abend und demnächst gibt es wieder mehr in Aus der Stimmwerkstatt. Bis dahin, tschüss.